FMI's Melodie. Musik fürs Herz. Von mir darf ich wieder mal Helene Fischer begrüssen in der Schweiz. Du bist ab und zu ja in der Schweiz. Ganz selten zwar, aber ja, ich bin auch mal in der Schweiz, genau. Kannst du dich an deine ersten Auftritte erinnern in der Schweiz? Die waren, glaube ich, im Kanton Thurgau, in Weinfelden oder Adorf? Also ich kann mich an die ersten Fernsehauftritte erinnern, aber komischerweise nicht mehr an meinem ersten Auftritt in der Schweiz, weil dann doch irgendwie so viel passiert ist, dass mein Gehirn überfordert ist und ich bringe manchmal wirklich Termine durcheinander, ja. Aber das ist ja natürlich auch schon extrem sehr, 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 sehr lange her. Inzwischen ist eine grosse Karriere. Wir sprechen vor allem über das neue Album, Farbenspiel heisst es. Und das hat ja, ich kann nicht sagen, wie eine Bombe, ich muss eigentlich sagen, wie ein Feuerwerk eingeschlagen. Deutschland, Österreich, Schweiz Nummer eins. In Dänemark, glaube ich, auf der vier, in Holland, auch in den Top Ten. Also besser kann es nicht funktionieren, oder? Nein, ich kann mich absolut nicht beklagen und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Also das ist auch zum ersten Mal in meiner Karriere so, dass ich in drei Ländern auf Platz eins der Charts gelandet bin. Und natürlich kann ich da nur ein grosses Dankeschön an meine Fans aussprechen, die anscheinend genauso drauf gebrannt haben wie ich, nach zwei Jahren endlich neue Musik von mir zu hören und sind direkt in die Läden gestürmt und haben sich die CD gekauft, ja. Und stürmen immer noch in Deutschland, bist du in der dritten Woche auf der Eins. Das haben lange, lange Zeit niemand mehr geschafft. Ja, das fühlt sich ganz, ganz toll an, ja. Toll fühlt es sich wahrscheinlich auch an bei Carmen Nebel. Hast du einen Segen an Platten, an Gold- und Platinplatten bekommen. Wie fühlt sich das an, wenn das so live passiert? Man ist nicht überrascht, oder schon? Doch, ich wusste das nämlich überhaupt nicht. Und da haben sie mich wieder mal überraschen können, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe, wir haben bei den Proben immer gesagt, also Carmen hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, wir werden da so ein bisschen plaudern über deine Karriere und wie toll das alles läuft. Und sie wollte aber, was mir immer viel lieber ist, bei den Proben nicht ausführlich darüber sprechen. Weil ich finde, man verausgabt sich bei den Proben und dann, wenn es dann live ist, dann kommt es nicht mehr ganz so natürlich. Also hat sie zu mir gesagt, wir machen das erstmal nicht. Und damit war ich völlig fein. Und dann am Abend kam dann eben die große Überraschung, ja. Es waren ja zwei Überraschungen. Ab und zu überrascht man dich ja auch mit so Sätzen, die dich in Sätzen bringen. Zum Beispiel das mit dem Traumschiff, oder? Da hat es geheissen, Ferienfotos von Helene Fischer. Und du hast ja Ferien quasi gemacht auf dem Traumschiff. Ja, ich war etwas entsetzt, weil ich schon gedacht habe, das wären Paparazzi-Fotos, die man jetzt hier im Fernsehen veröffentlicht, von meinem Urlaub. Deswegen war ich so ein bisschen entsetzt und habe geschaut. Aber dass es dann die Traumschriftbilder sein sollten, darauf kam ich dann einfach in dem Moment nicht. Und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass Wolfgang Rademann kam, der Produzent des Traumschiffs oder der Serientraumschiff. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment und vor allem ein sehr persönlicher Moment. Du hast ja da in einer Rolle gespielt. Ich war die Reiseleiterin Franziska Stein. Ja, das war für eine Folge und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich durfte in der Tat noch ein bisschen auf dem Schiff genießen, musste aber zwischenzeitlich auch leider wieder zurück nach Deutschland fliegen. Wir waren in Mexiko zu der Zeit. Alle anderen sind auf dem Schiff geblieben und haben wirklich die Zeit genießen können. Aber ich habe noch gearbeitet und bin dann einfach nachgeflogen nach Puerto Rico. Da ging es dann auch weiter mit den Dreharbeiten. Viel gearbeitet, wahrscheinlich auch für dein neues Album. Und auf dem neuen Album hat wie immer Jean Frankfurter sehr viel geschrieben. Aber es hat noch andere große Stars, die eigentlich für dich geschrieben haben. Christina Bach, der Graf. Der Graf und Peter Plater haben in der Tat für mich geschrieben. Und wenn ich die beiden jetzt einfach mal herauspicken darf, weil es doch sehr untypisch ist. Das sind beides Künstler aus dem Pop-Genre. Und die Zusammenarbeit war sehr spannend, denn man hatte nicht das Gefühl, dass jetzt Schlager und Pop, dass man sich so fern ist. Also zumindest nicht mit meiner Musik. Und dass die beiden da wirklich, ja, wunderschöne Texte mir geschrieben haben, aber auch mit der Musik so viel beigetragen haben, dass dieses Album für mich einfach so farbenfroh geworden ist. Also weil es einfach so schön bunt ist. Wir haben, es ist so vielseitig. Wir zeigen da eine unheimliche Bandbreite von Balladen, aber auch Abtemponummern. Und man merkt eigentlich beim Hören nicht unbedingt, was jetzt poppig ist oder was jetzt schlageresk ist, sondern das ist einfach, das ist einfach Helene Fischer 2013. Und zu der CD gibt es ja auch eine entsprechende DVD. Wie hast du die aufgenommen? Wann habt ihr die aufgenommen? Wir haben die in diesem Sommer aufgenommen, im Rahmen unserer Sommer-Open-Air-Tournee. Da waren wir ja auch in Basel bei euch zu Gast. Ich wollte dieses Erlebnis einfach mit meinen Fans, die vielleicht auf dieser Konzertreise nicht dabei sein konnten, teilen. Denn ich habe schon lange keine Open-Airs mehr gespielt. Und zweimal in Deutschland die Waldbühne auszuverkaufen und dort zweimal spielen zu dürfen, das ist eine unglaubliche Ehre für jeden Künstler. Und das ist einfach so eine besondere Atmosphäre, dass ich gedacht habe, okay, das müssen wir jetzt einfach dort aufzeichnen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Das war, wenn ich mich recht entsinne, war das im Juli. Und das war auch mein letztes Konzert unserer Tournee. Und ja, jetzt warte ich einfach, bis nächstes Jahr kommt. Wir müssen uns alle ein bisschen gedulden, also meine Fans und ich. Und dann werden wir wieder was Großes, was Schönes schaffen, denke ich. Wenn wir schon beim Thema Open-Air sind, nächstes Jahr am 31. Juli kommst du ans Schlager-Open-Air am Flumserberg. Und da warst du schon zweimal dabei. Richtig, da war ich schon zweimal. Und ich liebe Open-Airs. Ich finde es natürlich großartig, wenn dann das Wetter auch noch mitspielt. Also das ist schon mal ein Datum, ein Termin, wo ich bei euch vorbeischaue. Aber eben auch am 21. und 22. Oktober in Zürich im Hallenstadion. Und dann gibt es eben wieder mich mit Band, mit Tänzern, grosse Show und ja, vielen Überraschungen im Gepäck. 21. und 22. Oktober im nächsten Jahr im Hallenstadion. Was erwartet da die Leute? Letztes Mal bist du, glaube ich, extra nach L.A. geflogen, um Tänzer zu rekrutieren. Und die Bühne mit den Bewegungen und die mobile Bühne quasi, oder wie man das immer auch sagt, war ja auch irgendwo amerikanisch angehaucht. Was kommt auf uns nächstes Jahr zu? Also der Titel Farbenspiel gibt ja einiges vor. Da kann man sich ja austoben. Das ist wie ein Kind, was in einen Kinderladen geht. Und ja, also da, ehrlich gesagt, bin ich selbst noch am Suchen. Aber ich habe schon so viele tolle Ideen. Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht so viel verraten. Denn es ist ja noch ein Jahr hin. Da wird sich mit Sicherheit auch noch so viel tun bei uns. Wir begeben uns wahrscheinlich erst auch Anfang nächsten Jahres erst in die kreative Phase. Aber ich kann auf jeden Fall versprechen, es wird auf jeden Fall dasselbe Level erreichen. Aber vielleicht auch eben auf eine andere Art und Weise wie letztes Jahr. Und ob jetzt noch mehr Tänzer oder ob meine Band noch grösser wird oder ob ich ein Orchester mitnehme und, und, und. Da müssen wir einfach alle noch uns ein bisschen gedulden, weil wir eben noch daran arbeiten. Etwas näher ist Weihnachten. Da hast du wieder eine grosse Show in Vorbereitung. Ja, ich bin eben mit meinen Gedanken absolut jetzt erst mal bei der Show. Meine volle Konzentration richtet sich auf die Inhalte, auf die Special Acts, die wir da mitnehmen. Also die Künstler stehen auch so langsam fest. Und das Schöne ist einfach, dass ich bei meiner eigenen Show einfach alles machen darf. Das heißt, ich kann mich selbst austoben, ähnlich wie bei meinen Bühnenprogrammen. Aber da sehen eben sehr viele Menschen zu. Und wir versuchen etwas zu stricken, dass es wirklich ein Familienunterhaltungsprogramm sein wird, weil es eben am 25. Dezember ausgestrahlt wird. Und ich kann nur sagen, also da sind großartige Künstler dabei und sehr viele schöne Momente und schöne Bilder, die wir da schaffen. Ich kann es eigentlich kaum erwarten. Und jetzt geht es auch dann bald los mit den Proben. Und ja, ich freue mich schon sehr auf den Moment, wenn es dann soweit ist. Überraschungsgäste hattest du jeweils immer auch dabei und solche, die mit dir zusammen gesungen haben. Gibt es da schon Informationen? Kannst du schon etwas verraten? Ja, wie Sie merken, ich halte mich da mit meinen Informationen immer ein bisschen knapp. Es fällt mir einfach wahnsinnig schwer, da schon rauszuhauen, welche Künstler dabei sind, weil ich es eigentlich noch gar nicht verraten möchte. Ich möchte, dass die Leute einschalten am 25. Dezember und gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Und ich kann aber so viel versprechen, wenn man weiß, wie ich bin. Und ja, dass wir uns da einfach immer wieder tolle Gäste einladen und auch viele Überraschungen auf jeden Fall aus dem Hut zaubern werden. Dann sollte man einfach Interesse halber schon mal einschalten. Und ich glaube, Helene Fischer macht auch irgendetwas mit Akrobatik. Das kann ja fast nicht fehlen. Mal sehen. Also Akrobatik kann ja vieles bedeuten. Von daher mal schauen. Ich werde auf jeden Fall bald anfangen müssen zu proben. Letztens warst du in Wetten, dass ganz tolle Video-Effekte, du hast dich quasi in nichts aufgelöst für die Fernsehzuschauer und nachher hast du Harrison Ford getroffen. War wahrscheinlich schon etwas Besonderes, oder? Ich werde das sehr oft gefragt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war gar nicht so besonders. Also natürlich kennt man die Filme, man kennt Harrison Ford und das ist ein Weltstar, ja. Aber als ich dann auf der Couch saß, das war ein Mensch wie jeder andere auch. Und ja, es war halt eben Harrison Ford. Also ich habe sowieso nicht dieses besondere Gefühl oder das aufregende Gefühl, wenn ich jetzt Stars im Hintergrund sehe, weil ich genau weiß, wie das eben ist. Also sie wollen nämlich auch ihre Ruhe haben und wollen ganz normal behandelt werden. Von daher war das mit Sicherheit ein schöner Moment, aber er war jetzt auch nicht überwältigend, sagen wir es so. Ich möchte nochmals auf das Schlager-Opener am Flumserberg zurückkommen. Da kommst du ja mit der ganzen Band. 60 Minuten wirst du spielen, ist vorausgesagt. Was erwartet da die Leute? Was wirst du bringen? Also auf jeden Fall habe ich logischerweise mein neues Album mit im Gepäck und in diesen 60 Minuten werden wir daraus auch sehr viele Lieder spielen. Vielleicht schauen wir auch, dass wir das eine oder andere, was wir dann auf die große Tournee 2014 mitnehmen, dass wir da schon mal ein bisschen vorfühlen, wie das Schweizer Publikum drauf reagiert. Also vielleicht gibt es da schon das eine oder andere, was wir da ausprobieren. Allerdings geht es darum, dass wir einfach einen schönen Abend erleben, dass das Wetter mitspielt und dass ich einfach da bin mit einer Band wahrscheinlich ohne Tänzer. Von daher, sie haben mich hautnah 60 Minuten lang.